Ich kann es dazu haben, der Kino ist als Ernst-Ami und deswegen freue ich mich sehr, dass heute so viele da sind und ja, ich würde sagen, wir können losgehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020